«Finanzdance», der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit Andrin Willi. Und deshalb herzlich willkommen zur 136. Episode. Wir sind schon in der 15. Staffel von unserem Banking-Podcast und ich bin heilfroh, dass mich Laura Meliger hier durch den Vorsorge-Dschungel leitet. Du bist Finanzplanerin und AKB-Fachspezialistin, wenn es um Vorsorge geht. In unserem letzten Gespräch hast du gesagt, warum es wichtig ist, seinen Lebensstandard nicht nur nach den Einnahmen auszurichten und etwas auf die Seite zu legen. Wer das verstanden hat, der oder die, wird sicherlich in die Zeile 3a einzahlen, weil das haben wir sicher alle schon mal gehört. Aber reicht das in Sachen Vorsorge? Ich meine, die Einzahlung auf das 3a-Konto, der Maximalbetrag, der ist ja recht begrenzt. Ja, es lässt sich eben nicht so pauschal beantworten. Aber ich kann erklären, wie wir als Finanzplanerinnen und Finanzplaner gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden herausfinden können, welche Massnahmen oder welche Sparbeiträge für die individuelle Situation benötigt werden. Man fängt normalerweise mit einer Auslegeordnung an, wo man schaut, wie hoch das aktuelle Einkommen ist und wie hoch sind die regulären Ausgaben. Man stellt fest, wie viel gespart worden ist und welche Vorsorge und Versicherungsleistungen greifen, wenn die Pensionierung nähert, eine Krankheit, ein Unfallereignis oder in einer Partnerschaft den Todesfall vom Partner eintrifft. Wenn man diese Auslegeordnung gemacht hat, dann geht man hin und prüft, ob diese Leistungen und diese Sparbemühungen im Status quo reichen. Okay, aber kannst du mir hier ein einfaches Beispiel machen? Ja, sehr gerne. Also ich bin beispielsweise angestellt, werde längerfristig krank und bekomme aus meiner Pensionskasse und aus der AHV diverse Rentenleistungen. Diese werden mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht so hoch sein, wie meine ehemaligen gewohnten Einnahmen aus den Lohnzahlungen vorher. Ich muss also prüfen, welche Ausgaben ich über meine Einnahmen decken kann oder ob eben eine Lücke entsteht. Wenn ich meine Ausgaben nicht senken kann, dann müsste ich dann entweder die Lücken aus dem Ersparten decken oder ich versichere die Lücken beispielsweise bei einer Versicherung. Für diese Versicherung muss ich dann aber eine Prämie bezahlen. Sollte ich jetzt krank werden, bekomme ich die versicherten Rentenleistungen. Und wenn ich nicht krank werde, müsste ich die Prämie halt gleich zahlen, weil ich komme nicht darüber, aber bekomme halt eben auch nicht die Rentenleistungen. Wir als Finanzplanerinnen und Finanzplaner können mit unserer Analyse ermitteln, ob überhaupt solche Lücken bestehen und ob dementsprechend auch ein Versicherungsbedarf besteht. Natürlich aber auch in die umgekehrte Richtung. Es kommt nämlich auch vor, dass man vor einigen Jahren vielleicht mal eine Versicherung abgeschlossen hat, weil damals hätte es vielleicht eine Lücke gegeben. Aber man ist sich nicht mehr sicher, ob diese Lücke heute überhaupt mit der neuen Ausgangslage noch besteht, weil der Lohn hat sich möglicherweise verändert. In einer Partnerschaft mit Kindern sind Kinder älter geworden. Vielleicht arbeiten auch wieder beide und auch wieder Vollzeit möglicherweise. Das kann eine Überprüfung definitiv sinnvoll sein. Und was ist es bei der Pensionierung? Was schaut man dann dort genau an? Bei der Pensionierung schauen wir ebenfalls, wie hoch die Rentenleistungen nach der Pensionierung sind und ebenfalls auch, welche Ausgaben das zu decken sind. Wenn die Renteneinnahmen jetzt nicht reichen würden, dann muss man ebenfalls entweder die Ausgaben senken oder es muss Vermögen angespart werden, auf das man dann eben nach der Pensionierung zugreifen kann. Bei einer Finanzplanung leitet man die Situation auf einen Zeitstrahl und schaut, wie hoch die individuellen Lücken im Alter in der Summe sind und erkennt so, wie viel vor der Pensionierung man sparen müsste. So können dann auch konkrete Spardaueraufträge eingerechnet werden, oder? Falls das nicht möglich ist, kann man sich auch darauf einstellen, dass die Lücken im Alter vorhanden sind und man kann sich auch überlegen, wie man die Ausgaben im höheren Alter senken kann. Spannende Hinweise. Vielen Dank, Laura Meliger. Wer noch weitere Hilfestellungen sucht, den finden Sie auf unserer Homepage akb.ch oder auch im Vorsorge-Magazin von der AKB hier und jetzt. Laura und ich, wir sagen Tschüss für diese Woche. Wir hören uns nächste Mittwoch hoffentlich wieder im Finanztanz. Wir hören uns nächste Mittwoch hoffentlich wieder im Finanztanz.